hallo leute herzlich willkommen zu den start-up CP wie immer hier ist 87 das ist jetzt Partnummer 5 ich werde das jetzt bei meinen ersten Account hochladen naja dann sage ich nichts so was muss ich machen ach so ja ach nee ja da ist ein Freund wenn ich jetzt die Seite nehme goddammit das war knapp ich schätze mal bis so lange bis du noch wach bist so damit ist meine Lebensenergie wieder voll ja ist nur bloß ein paar Stück und dann und dann schon so schnell fertig war Roman äh Nico Roman ist ein Roman äh ist ein Cousin genau genau Roman ist ein Cousin so die Mission heißt Easy Fairy oder Fari na komm Baby vergiss den fetten Bauern sei still herr oh hey Nico where's the room good question hey Yoko you dumb cousin isn't here don't get me a what get me a fucking coffee come on i'll get you what what he keeps staring at me I'll burst one of you eyeballs gorgeous these guys a fucking creep Oh Gott, ey, Flatt, ey, du bist so'n Arsch, Alter. Oh Gott, ey, du bist so'n Arsch, Alter, ey, du bist so'n Arsch, Alter. Oh, Jermaine, wir treffen auf Jermaine. Oh Gott, ey, du bist so'n Arsch, Alter, ey, du bist so'n Arsch, Alter. What a dumb hill. So, ich mach mal wieder leise. So, wieder auf F gestellt. Yeah, Video-Hochladung ist geil. Oh Gott, ey, du bist so'n Arsch, Alter. Oh yeah. Geil, wie episch. Oh Gott, ey, du bist so'n Arsch, Alter. 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 Aber ihr werdet es gleich sehen. Uiuiuiui! Oh Gott, das Wind! Ja, ich hatte es doch gewusst. Ey, scheiß die Wand an den Bullen. Fuck, ey, wird deine Fahndungslevel los, Alter. So ein Scheiß, ey. Genau das hasse ich, ey, bei so einer verfickten Mission. Ja, ich versuche hier aus der blinkenden Zone rauszuwehren. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau, das hasse ich so bei, so ein Cut Mist, ey. Ah, da waren die Bullen schon wieder. Ja, das war's. Ja, genau. rei hauja das nehme ich mal kleine mission so ich hoffe ich habe noch zeit für die nächste mission ich stecke mal kurz aus lol ja das ist eigentlich hier der car service bis warum hier mal sehen ob das noch reicht ja Gretchen. No, not gay. Yes. I'll tell you. R7, head to South Stokes! Come on! Where are you, Mohammed? Hello, I'm in the links of... Shhh. Fucking bedroom. This is chaos! Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When are you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you've got time. There. I have time. Another time. Can I help? Okay. Yes. Go pick up my friend, little Jacob. He's a good man. Let's do a smirk of me. Look at him. He's on 8th Avenue in South Stokes. Niko, man. We should talk soon. We won't listen. Whatever, man. Now everybody back up! Oh, Miss Weinstock. No, no, no. You're here. What can I do for you today? Hahaha. Leute. So. Hold a little Jacob up. Oh, my God. Oh, my God. Geil. Oh, my God. Oh, my God. Geil. Jesus, it's not so dark now. Oh, my God. 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 du hast eine pistole erhalten wir haben unsere erste waffe bekommen unsere standardwaffe die Pistole so wir haben eine Pistole was machen wir damit nämlich zielen genau wie tun zielen so mal schauen hier kommen so das war ein geiler Schuss so ich hab ja nachgeladen haha schneller als das beschissen intro oder oben mitten in die Fresse so ich nehme jetzt mal hier ein paar munition mit so I have had much experience. I took care of the work to get an auntie. In the refuge, I know. I am always looking for work. If it pays. Give me my name. That's the option. Give me the beat. Wow. I've achieved two missions in this fifth part. One love. And he will get us even... ...150... ...to... 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 ...to...